Guten Morgen, ich wollte euch heute meinen Biwaksack vorstellen. Ist der von Carinthia, das Bundeswehrmodell, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich zeige ihn euch einfach mal. So, ich muss euch, glaube ich, mal ein bisschen umstellen. So, das ist er nun, der Biwaksack von Carinthia. Ich habe ihn mir damals gekauft, weil ich für meinen Defense 1 noch was zum Pimpen besucht habe, um halt noch mal ein bisschen an der Temperaturschraube drehen zu können und um ihn halt wirklich auch komplett wasserdicht zu machen. Ja, dann bin ich auf diesen Biwaksack gestoßen. Das Schöne finde ich an ihm, er hat halt auch, genau wie der Defense 1, Defense 4 und wie sie alle heißen, einen Frontreißverschluss, versteckt unter einer Klettleiste. Das ist ein 3 Lagen Gore-Tex-Laminat, atmungsaktiv, wasserfest. Ich habe damit schon des Öfteren auch mal nicht komplett im Regen gelegen, sondern es fing über Nacht an zu regnen, dann bin ich unter dem Tab vorgerutscht und irgendwie hingen dann die Füße unter dem Tab raus. Der Biwaksack war von außen komplett nass und innen total trocken. Also, dicht ist er immer noch. Das merkt man auch, wenn man ihn denn mal irgendwann reinigen möchte. Den kann man in der Maschine waschen, muss man ein paar Sachen beachten, aber steht ja alles in der Gebrauchsanweisung, im Waschzettelchen. Apropos Waschzettelchen, meiner ist vom 10.2003, wir haben jetzt 21. Er hat natürlich Gebrauchsspuren, an manchen Stellen hat sich eine Schicht des Laminats und ist halt so ein bisschen abgelöst, macht ihn aber dadurch nicht wasserdurchlässig oder unbenutzbar. Sieht halt auf der einen oder anderen Stelle nicht so schön aus, aber darum geht es ja beim Biwaksack eigentlich nicht. Er ist sehr sehr groß, das heißt selbst mit den großen Modellen von Carinthia und wahrscheinlich auch allen anderen Schlafsäcken. Man hat da immer noch ganz ganz viel Platz, man kann noch Sachen mit rein nehmen, den kompletten Rucksack wahrscheinlich eher nicht, aber die Schuhe finden auf jeden Fall Platz. Ich schlafe da drin eigentlich immer mit komplett geöffnetem Reißverschluss. Der Reißverschluss geht ungefähr bis zur Hälfte, das ist dann ungefähr hier. Ich lege meinen Schlafsack rein, erst die Isomatte, dann den Schlafsack rein. Den oberen Bereich lasse ich eigentlich immer offen. Er soll ja gasdurchlässig sein und auch im geschlossenen Zustand soll das funktionieren, aufgrund dessen, dass der ja nun auch schon ein paar Tage alt ist, ich würde es nicht machen. Abgesehen davon, so einen Reißverschluss vor der Nase zuzumachen, ohne Loch, ohne alles, komplett, nee, nicht so meins. Im Grunde habe ich ja eh immer einen Tarp dabei, das heißt eigentlich liege ich unter dem Tarp in dem Biwaksack. Ich kann dann aber auch ruhig mal vielleicht nur ein kleineres Tarp mitnehmen, was weiß ich, eine Zeltbahn der Bundeswehr oder ähnliches, wo es gar nicht darauf ankommt, dass ich komplett unter dem Dach liege, weil sollte was nass werden, ist ja nicht schlimm, ist ja ein Biwaksack drumherum. Ich bin von ihm, ich bin mit ihm zufrieden. Ich habe ihn wie gesagt gebraucht gekauft. Ich hatte mal auf der Herstellerseite geguckt, da kostet er irgendwas über 300 Euro. Wahrscheinlich wird er es wegen Qualität bla bla und so weiter, wird das wert sein. Für die Anwendungsgebiete, wo ich ihn benutze, ist das mir nicht wert. Da haben es die 100 Euro, muss ich sagen, auch getan. Das Ding ist mega robust. Wenn man im Lager ankommt, man schmeißt ihn hin, Isomatte rein, Schlafsack drauf, Kopfkissen noch mit rein, Reißverschluss zu, fertig. Und man ist quasi bettfertig. Selbst wenn man jetzt mal Funkenflug oder ähnliches hat und das eine oder andere klitzekleine Löchlein sich da reinbrennen würde, würde es mir weniger wehtun, als würde es im Schlafsack passieren. Oder am Schlafsack passieren. Ich habe ein, zwei Löcher schon reingelegen, habe vielleicht nicht aufgepasst, lag irgendwas Spitzes drunter, bin dann die Nacht drüber rumgerutscht. Es gibt Flicken. Das Anbringen des Flickens super einfach, dann hat man halt innen ein Flicken. Das stört mich ehrlich gesagt mal gar nicht. Und wasserdicht ist es danach trotzdem noch. Ist sicherlich eine Alternative zu entweder einem großen Zelt oder einem Biwaksack mit Gestänge. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin damit eigentlich zufrieden. In diesem Sinne, lasst ruhig ein Abo da. Kostet euch nichts, bringt mir viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Spitz Mike Musik Möhn wird wieder